Also, wir sind jetzt hier in TV und es ist der Gitarrengott am Start. Ich muss mal kurz die Linse putzen. Die Linse verstaubt so schnell, das ist so scheiße. So, muss so funktionieren jetzt. Und Flocke ist am Start mit uns hier. Und der Steif. Und hier vorne haben wir die Daria. Ich glaube, sie zieht sich um, aber wir gucken mal rein. Hallo Daria. Hallo Tobi. An der Schattenwand. So, und wie geht es dir? Ja, ganz gut. Wie war für dich die Zeit hier? Also, neben diesen nervenden Düten, der hier sein Lager aufgeregt hat. Aber ich meine, sie ist auch nicht viel besser. Ja, außer dem Kerl war alles ganz nett hier. Ja, aber der stresst echt tierisch hier. Da kann ich nicht mal in Ruhe umziehen. Na gut. So werde ich immer aus meinen eigenen Zellen rausgeschmissen. Ey, was? Werf den mal hoch so ein bisschen. Flocke, was waren die... Flocke, was war für dich die schönste Erfahrung gesehen in den letzten Tagen hier? Du hast noch nicht so lange Zeit. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe dich besser kennengelernt. Ich habe die Daria ein bisschen besser kennengelernt. Ich habe sie ein bisschen steif, wieder ein bisschen liebgeworden. Ja, und ich habe mich natürlich selber besser kennengelernt. Ich habe mir viel vorgenommen und hoffe, dass ich das durchziehen werde. Es gibt jetzt kein spezielles Ereignis, aber es war eine schöne Zeit. Schade, dass die jetzt so... Also so... So, ja, so getrennt endet, endet. Aber wir werden das Beste schon was machen und so sieht es aus. Ich hoffe, es sind ja...